Das ist ein Film. Und das ein von Alzheimer betroffenes Gehirn. Aber was haben die bewegten Bilder mit einer kognitiven Erkrankung wie Alzheimer zu tun? Wo ist da die Verknüpfung? Hier sehen wir Pia Ticker. Sie ist Filmemacherin und Hirnforscherin und leitet zurzeit das Enactive Virtuality Lab an der Universität Tallinn. Davor hat sie aber lange hier am AMI der Universität Helsinki gearbeitet. Pia, was habt ihr hier gemacht? Die klassische Hirnforschung arbeitet ja eher mit abstrakten Denkaufgaben und kurzen, eintönigen Stimuli, wie zum Beispiel. Was macht die kognitive Hirnforschung denn anders? Ihr schiebt also Leute in diese Röhre und lasst sie Filme schauen? Ja, und sie lieben es. Wirklich? Ja. Oder es berichtet auf dem Film. Ich habe Leute schlafen. Auch während Memento? Nicht während Memento, sondern während einem experimentell, silent, black and white Film, wo es keinen Plot gibt. Memento haben Pia und ihr Team für ihre letzte aufsehenerregende Studie benutzt. Der Film ist berühmt für seine zwei entgegenlaufenden und parallel montierten Erzählebenen. Die schwarz-weißen Szenen laufen chronologisch ab, die farbigen Szenen hingegen rückwärts. Was war denn das Ziel der Studie, Pia? Memento-Studie builds on our interest to study how narrative construction works and how cute events actually affect the flow of the narrative and how narrative comprehension takes place in human brain. Und wieso gerade Memento? In the structure of Memento, there are moments where a particular image, which we call Q-frame, repeats a second time. When it repeats a second time, we call this a keyframe. Insgesamt gibt es 15 dieser Doppelungen im Film. Aber was macht das mit unserem Gehirn? We could assume that once this image appears a second time, each viewer must do some kind of reconstruction of the narrative based on the previously seen. And I realized that within these moments, if we show this film to many subjects, we can compare then all different subjects, brain functions during these particular time points and see if there's any interception correlation between them. Und was war in den Hirnen da so los? We find out that there is a kind of interesting kind of neural fingerprint pattern, which we can connect to narrative reconstruction. It's kind of acute memorizing. It very much concentrates on the frontal part of the brain that are related to kind of autobiographic memory and higher cognitive functions. Die höheren Hirnfunktionen sitzen ungefähr hier. Sie sind zuständig für logisches Denken, Planen und Organisieren, moralisches Empfinden und soziale Fähigkeiten. Wie holt ihr euch denn diese ganzen Daten, Pia? You are pushed into the tube. Your head is put into a particular kind of coil where we have a magnetic resonance scanning that basically scans all your brain activation each one to two seconds. So we create the slices of the brain. Aber sag mal, dürfen denn die Leute Popcorn essen? No, it's quite dangerous to eat anything when you are laying on your back. Okay, dann zurück zu den Daten. The film is 105 minutes long. So there's a huge amount of data from almost 30 people. And then we throw all this data into the same hat. And then we shake the hat. And we throw the hat a million times to the table. And some patterns emerge. Then those patterns that we can report. Aha, so einfach ist das also. Und was sagen uns diese Muster? They basically are kind of a part of this kind of process where you try to make sense of your situation based on what you've learned in your previous life or and then to anticipate how that may affect to your future. Der Protagonist in Memento hat diese Fähigkeit ja verloren. Kann der Film denn einen Zustand kognitiver Erkrankung simulieren? I think that you can say so. The film simulates or tries to show us as viewers how such a person behaves and what such a person, what kind of situation such a person is. Inwieweit kann eure Studie helfen, kognitive Krankheiten wie Alzheimer besser zu verstehen? So I think these fingerprint patterns that we found are quite an elementary part of the human cognition. You make sense of the everyday life moment by moment based on previous events. And then sometimes these, especially in dementia, dementia and for Alzheimer's disease, these kind of processes are disturbed. Because you don't have clear memory of the past events, you start imagining things in trying to make sense of your world. And you construct your current situation and understanding where you are and who you are, not so much based on your factual memory, but imagined memory. Ist denn Pia Ticker auch eine narrative Konstruktion? Yes, it is. Ich bin so, 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 ich bin so. Vielen Dank.